Bestimmt hast du schon einiges über Vertriebsformen gehört, mit denen du gutes Geld verdienen kannst. Zum Beispiel, was nehmen wir da? Multi-Level-Marketing oder Dropshipping oder Affiliate-Marketing. Ja, und du wirst wahrscheinlich mal darunter auch so ein paar Halbwahrheiten. Und mit denen, mit denen räumen wir jetzt mal auf. Fangen wir mal an mit Multi-Level-Marketing oder auch Network-Marketing genannt. Diese Vertriebsform ist echt toll und hat schon so manchen finanzielle Freiheit gebracht. Aber du weißt ja auch, wie gerade in Deutschland die Menschen oft ticken. Oft hören sie etwas, kennen nicht alle Fakten, bilden sich dennoch ganz schnell in eine eigene Meinung. Ja, und dann hörst du oft, wenn du über Network-Marketing sprichst, ah, kenne ich schon, ist ein Schneeballsystem. Oder, kenne ich schon, ist ein Pyramidensystem und, und, und. Das ist alles blub, blub, blub. Network-Marketing ist eine vollkommen legale Vertriebsform, mit der du wirklich gutes Geld verdienen kannst. Aber aufgrund der Vorurteile ist es natürlich nicht immer einfach, andere Menschen davon zu überzeugen. Anderer Punkt ist, Network-Marketing wurde vor ungefähr 60 Jahren erfunden. Damals gab es noch kein Internet. Und somit ist diese Vertriebsform bis heute, leider, 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 noch immer nicht im digitalen Zeitalter angekommen. Es gibt zwar etliche Versuche, doch die scheitern oft kläglich, weil die meisten Network-Firmen ihren Vertriebspartnern nicht das entsprechende Know-how zur Verfügung stellen, um online überhaupt langfristig erfolgreich sein zu können. Denn ich meine, nur ein eigener Online-Shop oder eine eigene Website, ja, das bringt dir erstmal gar nichts. Die schönste Seite im Netz bringt null, wenn sie keiner kennt. Du musst sie also bewerben. Und genau da scheitert es oft am fehlenden Wissen. Nee, nee, eine erfolgreiche Online-Präsenz bedeutet nämlich immer die geschickte Vernetzung von Website mit Social Media und cleveren Marketing-Strategien. Und genau das bietet dir Multidrop. Alles fix und fertig. Du musst nur noch loslegen. Du musst dir nie wieder Gedanken über Marketing-Strategien machen, über Landing-Pages, über Leads-Generierung, über Suchmaschinen-Optimierung und, 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 und. Und Multidrop enthält das gesamte Wissen und setzt es komplett alleine um. Du, du brauchst nur noch einen Internet-Zugang, mehr nicht. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, Internet habe ich. Da kann ich ja auch mit Affiliate-Marketing oder Dropshipping online aktiv werden. Klar kannst du das. Aber Multidrop bietet dir viel, viel mehr Vorteile. Lass uns das mal gemeinsam vergleichen. Nehmen wir zum Beispiel mal Affiliate-Marketing. Hier bringst du Kunden zu einem Hersteller und dafür bekommst du eine entsprechende Provision. Soweit, so gut. Du brauchst noch nicht mal eine eigene Website dafür. Nun ist aber bekannt, dass zufriedene Kunden gerne erneut kaufen. In dem Moment guckst du aber in die Röhre. Weil davon hast du nichts mehr. Du bekommst lediglich für den ersten Umsatz eine Provision. Aber nicht, wenn der Kunde erneut das Produkt kauft. Auf dieses Geld steckt sich dann der Hersteller alleine ein. Da ist es dumm gelaufen. Also für dich. Na ja, und wie sieht es mit Dropshipping aus? Du als Dropshipper hast einen eigenen Online-Shop, den du erstmal kaufen bzw. programmieren lassen musst. Das kostet schon mal Geld und meist nicht zu knapp. Ja, und dann musst du deinen Shop bewerben, um Kunden darauf aufmerksam zu machen. Hierbei besteht eine extrem große Gefahr, dass du viel Geld verbrennst, weil dir nicht die erfolgreichen Marketingstrategien wirklich bekannt sind. Kommt es aber zu einer Bestellung, schickt meist der Produzent der Produkte die Ware zum Kunden und du erhältst eine entsprechende Vergütung. Allerdings kann der Kunde natürlich bei einem erneuten Kauf sich ebenfalls direkt an den Hersteller wenden. Und du guckst wieder in die Röhre. Sag mal, und was ist eigentlich, wenn ein Kunde von dir auch Dropshipping mit denselben Produkten betreiben will? Ich meine, das kann ja durchaus passieren, ja, weil er oder sie ebenfalls darin eine interessante Möglichkeit sieht, zusätzlich Geld zu verdienen. Ja, in einem solchen Fall geht dein Kunde wie du zu dem Hersteller und arbeitet wie du direkt mit ihm zusammen. Du hast davon wieder nichts. Im Gegenteil, jetzt hast du sogar noch Konkurrenz. Um all diese Nachteile zu verhindern, haben wir Multidrop entwickelt. Es vereint nämlich die Vorteile des Affiliate-Marketing und Dropshipping. Und damit revolutioniert Multidrop des E-Commerce. Und da Multidrop ein komplett schlüsselfertiges System ist, verbrennst du beim Online-Marketing auch kein Geld mehr. Denn alle Marketingstrategien sind ebenfalls schon in Multidrop enthalten. Übrigens auch Marketingstrategien, die gar kein Geld kosten. Spannend, oder? Die Nachteile des Affiliate-Marketing und Dropshipping hat Multidrop ausgemerzt, indem es noch zusätzliche Features enthält. So bleibt zum Beispiel dein Kunde, lebenslang dein Kunde. Wann immer dein Kunde erneut bestellt, bekommst du die Vergütung. Zudem hast du extrem schnelle Lieferzeiten. Aber das Besondere ist, du kannst sogar selber Multidrop-Lizenzen vergeben. Erinnerst du dich noch an das Beispiel von eben, wenn ein Dropshipping-Kunde auch Lust auf Dropshipping hat, dann ist er weg. Weil er direkt mit dem Händler zusammenarbeitet. Bei Multidrop ist das anders. Und zwar völlig anders. Wenn ein Kunde von dir Lust hat, auch Multidropper zu werden, dann kannst du ihm die entsprechende Lizenz dafür erteilen. Und das allerbeste ist, du verdienst auch noch zusätzlich dann an den Umsätzen, die dein neuer Multidropper generiert. Übrigens, beim Erteilen der Lizenzen bist du nicht limitiert. Du kannst dir also ein riesiges Team aufbauen und partizipierst an allen Umsätzen. Ich wiederhole, du verdienst an allen Umsätzen von all deinen Multidroppern mit. Es gibt nicht, wie beispielsweise im Network-Marketing, eine Begrenzung, dass du nur an deinen ersten drei oder fünf Ebenen mitverdienst. Nein, beim Multidrop verdienst du an allen Umsätzen, die in deinem gesamten Team generiert werden. Egal wie groß, egal wie breit, egal wie tief dein Team gebaut ist. Ganz ehrlich, ist das nicht geil? Das gibt es derzeit nirgendwo im E-Commerce. Das ist weltweit einmalig. Und deshalb ist Multidrop die Revolution im Online-Business.